Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung. Alleine mit Baby, Samira Klampfel hatte Nervenzusammenbruch. Samira Klampfel, 28, gibt einen ehrlichen Einblick in ihren Alltag als Neumama. Ende Mai wurden die Reality-TV-Darstellerin und Sakan Yavuz, 29, zum ersten Mal Eltern, Töchterchen Nova Sky-Syr erblickte gesund und munter das Licht der Welt. Im Netz gibt die Beauty ihrer Community fast täglich süße Baby-Updates, auch in ihrem Podcast gibt sie viel Preis. Die schwierigen Seiten des Mutter-Daseins lässt Samira auch nicht unkommentiert. In ihrem Podcast Samira und Sakan in Paradise ließ die Beauty ihre erste Woche ganz alleine mit ihrer Tochter Revue passieren. Es war krass. Ich hab mich fast vergessen in dieser Woche. Es war einfach so stressig, berichtete Samira. Die ganze Situation setzte der Neumama stark zu, an Dinge wie Duschen, Essen oder Aufräumen sei quasi nicht zu denken gewesen. Ich hab so einen Nervenzusammenbruch gehabt. Ich habe so zu heulen angefangen, offenbarte Samira weiter. Sakan war zu diesem Zeitpunkt für einige Tage auswärts auf einem Dreh. Die Beauty wollte ihrem Liebsten sogar einen Besuch abstatten, mit Baby gar nicht so einfach. Das war das letzte Mal, dass ich dir irgendwo hin nachreise, schrieb die 28-Jährige ihrem Partner vor der Abreise genervt.